Mmmh, holle Färschen aus Brezelsheit. Handgemerkt an Naturpur, wie alles bei Eisbäck repartieren. An Iverschöns, das ist eine Tradition von Eiser Musa. Also, was muss ich nicht? Der Verschmärhello in Raussische. Du wirst bestimmt hier gereist. Sicher, weil auch ein Brezel-Kinigin das erste Jahr das Jahr verschenken. Brezelsundisch. Wart er im Litzweuer Bäcker Patissier.